ja und willkommen mein name ist an die europäer und ich begrüße euch zurück zuletzt black king der mars 3 wir sind ich habe keine ahnung wo wir sind das hercules welt der olymp aber vielleicht sind wir noch in der letzten welt wo wir in den letzten part waren ich glaube ich habe die letzten den letzten part so ein bisschen geschnitten in so 23 parts einfach nur so der übersicht hier wegen und ja gemini und zora sind weit zusammen also das ist auch schon mal gut wir haben jemanden hier an unsere seite und ja zeug ist nicht so gut gelaufen also wir haben mehr oder weniger die schlacht verloren und ja also am schlüssel schwertfriedhof und keine ahnung wie es jetzt hier weitergeht was wir machen müssen aber mal schauen am besten jetzt mal waffen hochlemmen da ist so glaube ich ehrlich also das alter aber verdammt stark und ich habe hochlevel so cool und nehmen ist mal immer noch ein foto machen aber da habe ich dafür einen von diesen dingen begegnet sind bisher da schweige punkt hätte ich mal gleich mal ein bisschen weiter gelaufen dann hier speichern können und ja gucken wir mal wie es hier weitergeht ob wir machen müssen warum wir hier sind und überhaupt ich habe so ende der welt vibes irgendwie moment oder sind wir auch vorherige welten zurückgekehrt da ist riko ja auch in seine wasserform ist so wie wir vorher ich gehe dann gibt es sogar fest hat herz wieder zurück von dem da gibt es noch nicht mal weil dane weg war warte du kann dieser herzlose wagen herzen zu klauen meine güte wollt ihr denn ich war kampfmusik ich glaube es gibt hier irgendwie trofänen sind irgendwie benannt nach schockfiguren ich bin aber die kleinen fischer hier sind dann auch schatten durch ich vermisse es irgendwie feuer hat wir ja nicht irgendwie okay jetzt total vergessen was ich sagen wollte den lich ok wir sind wir sind verarschen ja na ja ich brenne hat naja ich vermisse wenn ich im doppelsprung machen voll schnell irgendwie am gleiten sind so wie ein king nummer zwei wenn wir nicht so ein vorwärts doppelsprung machen naja all right with a hey wait there's no need to worry Sora he'll return to the place he fell like you did we're gonna swap them is that this on rescuing the others okay mit mir tut so als wirst du ja genau von meiner reden was du die ganze zeit bei mir als ich in diese letzte welt war da kommt mal her das richtig gut gemacht will ich noch mal sagen karibik aqua macht den hier zumal wasser du wirst wasser ein wie lange ich hier die zweite form aus habe ich noch nie darauf geachtet weil das umfeld ich bin voll anvisieren zu den klonen anvisieren geht sie jetzt nicht so wie ich will sie den jetzt gerade anpasst auf mal der klone ist immer noch anvisiert kann ich also nicht sofort verfolgen bis da hat sprachpunkt jetzt gehen sie mir über ihr speichert das sind wenn ich in gar kein serien fliege ich habe verpasst war ich zwinge mich da ein klapper stadt hat wieder so wiederholt wie die letzte welt ist auch komisch da ist die letzte welt die welt wir haben so was man auf den trip hier corona mickey mal wenn ich den angreifen studiert ja ich gehe gleich ein level ab wo ist er wo ist er nein dreck darf nicht wie blöd angreifen ja der bleibt mir stehen wenn die kämpfe ja richtig nervig aerobus hatte ich nie einsetze ist trotzdem auf den einen losgang gut ja 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 oder jetzt wasser hatte ja was gibt das herz so wie ungewohnt dabei alleine sind ganze zeit war nicht und passen nicht meine sind einige nicht mehr in schatten oder was er ist ein lied eigentlich ich weiß gar nicht bei kofi hat gibt's jetzt nicht habe ich auf eine magie er ist ungewohnt dieses timing ich bin auch nicht gewöhnt erst steh auf männchen und dann denken zu machen das gibt sich da freut mich ein junge lässt du mal diesmal jetzt kommt er haut mich und dann noch als verbrennt er mich wieder er kam wieder richtig nervig ja man möchte ich betäuben er war schon klar ja wo sei da ich komme auf dem zu und der wird mich direkt ein wirst hat was oh mein hand so nervengegner war kofi na ok kann gar nicht erkennen hier ich erkenne gar nicht was für wilden alles sind ist eigentlich auf die säulen auf sein aber monstropole ist donald wenn auch ventus kairi ja doch was ja bitte ruf nicht noch mehr leute ja wenn ihr mal voll nervig naja da wart alter machen die schaden alter wat nicht da drin sicher wenn ich da reingehe ich halte mich noch nicht mal in dieser form hat doch ja ja passt gerade diese wo form mal dreck da war nicht gut hat man vorher nicht zurück mein gott ja voll nervig gewesen wie die alle auf einen losgekommen sind ja wohl schaden haben sie aber auch übel gemacht der wird automatisch anvisiert der bleibt anvisiert dieser klo so irgendwas habe ich bekommen natürlich bekommen er muss brauche ich jetzt nicht wirklich ventus fehlt noch ventus kairi und liebte noch an der samfang zogio das ist genau spielzeug kiste meine ich also wenn du es manchmal kann ich mir so ein ding zu ich mach dir erst mal kaputt arbeit war es war hier schon drei vier mal ja okay das ist ein bisschen doof die musik jetzt hier so ändert macht aber nicht so schaden leider also irgendwie so komisch ich meine was ist wenn ich gegen die organisation leicht kämpfe also hoffe ich war gegen die kämpfe irgendwann und ich komme zum platz mein auto und also was andere ist auch voll komisch oder hat sie cool aus ja ja gut mit betäubung schlag ich glaube ich speicher immer irgendwo weiß was hier noch alles kommt weil war das jetzt ventus ok ja ein moment mal da kann ja entweder kairi oder ne quatsch irgendjemand hat doch gesagt hier im letzten part was kairi sich ja um so kümmert gerade wenn ich meine sie ist noch am leben irgendwo da draußen welcher jetzt sehen ja das lieb das kairi noch irgendwo da draußen daneben war ah ja 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 ich weiß schon langsam wie du funktionierst damit hier schatten schalke ja schatten schalke ja nein nein warum sind jetzt so aggressiv wovon na na warte jetzt kommen mehr max entgegen und aero gar gut war mehr oder weniger jetzt im boss kampf mit 56 phasen die hp stimme auch welsor hat sei wie bin der wälder 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 die armen der wälder 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 in by dream you nearly buried yourself in the dark of sleep and now you're at it again the lich you've been fighting it's not like other heartless it exists to usher hearts down to the depths of darkness if you chase it you will condemn your heart to that same abyss you're wrong my heart is strong what do you think the power of waking is it's for traversing hearts to reach worlds not for traversing worlds to reach hearts there's a high price to pay for wielding such power foolishly so what you're worried about me now you've paid the price and it lies at the bottom of the abyss wait oh 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 hurry sora the way to the keyblade graveyard is open chipper and i found out ha ha of course that's the one place we haven't checked yet off we go ok twilight 1000 war meine schlüsse schwertfriedhof der ort an dem wir noch nicht gescheckt haben ja natürlich geschwistert schwertfriedow ist irgendwie offensichtlich sei oh oh sora kairi i found you you see i had no doubts that you'd pull through the light in the darkness it was you you're the one who kept me from fading away all i did was believe that you wouldn't i feel strong with you kairi the others are ahead come on i told you sora you're safe with me oh 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 you ok damit die uns noch mal fertig machen genau naja wir sind wirklich so intelligent wieder einzugehen das war ein intro jetzt haben wir die welt offiziell betreten alles klar was hat denn noch gegner reißlose litsch damit er ist hier ok damit er ist danach egal ich habe euro gar nicht sollte die sachen mal einsetzen da haben wir jetzt zur welt alles klar ok ich würde gerne zum speichert und gehen und dann hier rausgehen ich würde sagen da war genug action für diese folge und ja können wir wir können ja raus alles klar dann können wir ja mal hier den park beenden und gleich in der nächsten folge ein bisschen dings ja kunden die die eclipse vielleicht durch offscreen irgendwie mal 46 versuchen diese truhe in der letzten welt zu finden und ja bevor wir in der nächsten welt hier vor bei ihrem schlüsselschwert friedhof weitermachen werde ich erst mal auf screen mein gummi chip hochleveln und dann wahrscheinlich auf level 99 bringen damit wir eine chance haben in all dem hier und ja so machen wir dann gut damit sagen das war es für diese folge bitte abonniert kommentiert und lasten like und tschüss ja 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 Vielen Dank.